Hallo! Heute hast du dich dafür entschieden, den ersten Schritt auf dem Weg zur Beherrschung der englischen Sprache zu machen. Ich gratuliere! Englisch ist die meistverwendete Sprache der Welt und mit Englischkenntnissen in der Tasche kannst du fast überall hinreisen und dich verständigen. Heute fangen wir ganz am Anfang an, nämlich mit den Begrüßungs- und Kennlernfloskeln. Am Ende des Videos wirst du dich auf Englisch begrüßen und vorstellen können. Lass uns anfangen! Amelia reist durch Europa und kommt in einem Hostel in London an. Stufe 1. Sich vorstellen Amelia ist alleine und braucht deswegen Freunde. Sie versucht Leute anzusprechen. Hello. Hi. Hello. Hey. Hello oder abgekürzt Hi kannst du immer mit allen Menschen verwenden. Hey ist ein bisschen Umgangssprache. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com So Untertitelung. BR 2018